Es ist unglaublich, CD Projekt Red hat den nächsten Witcher Teil angekündigt. Servus Witcher Freunde, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Es gibt unglaubliche Neuigkeiten, Grund zu feiern, denn CD Projekt Red hat es heute offiziell gemacht. Sie haben den nächsten Witcher Teil angekündigt. Dieses Bild geht durch sämtliche Medien. The Witcher A New Saga begins. Es ist endlich offiziell, Leute, wirklich unglaublich. Es zeigt ein Hexe-Amulett im Schnee. Was es mit diesem Amulett auf sich haben könnte und was man aktuell schon über den nächsten Witcher Teil weiß, das möchte ich euch mal in diesem Video zeigen. Bleibt gespannt, lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt und informiert. Wir werfen jetzt allererstes nochmal einen Blick auf das Medaillon. Meiner Meinung nach sieht es schon sehr stark nach einer Katzenvariante aus. Wir haben diese spitze Schnauze, links und rechts sind so Schnurhaare eingraviert oder reingeritzt. Und wir haben eben auch diese zwei spitzen Ohren oder die Ohren, die oben spitz zulaufen. Er deutet schon sehr stark auf einen Katzenmedaillon hin. Wir wissen alle, wer einen Katzenmedaillon besitzt und zwar Ciri. In den Büchern hat sie damals einem Kopfgeldjäger drei verschiedene Amulette abgenommen. Ein Wolf, eine Katze und einen Greif. Den Greif hat Yennefer bekommen, den Wolf ganz klar natürlich Geralt. Und sie selber hat das Katzenmedaillon behalten. Also sie ist im Besitz eines Katzenmedaillons. Könnte natürlich durchaus möglich sein, dass Ciri Butcheked Red hier ein bisschen was anteasert, dass eben der nächste Hauptcharakter Ciri sein könnte im neuen Witcher Teil. Das ist natürlich jetzt einfach nur eine Vermutung, aber die Verbindung ist einfach da. Bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Offiziell bestätigt ist auf jeden Fall, dass Ciri Butcheked Red die Engine wechseln wird. Das haben sie hier auch geschrieben, ganz neu. Sie setzen nicht mehr auf die hauseigene Red Engine beim neuen Witcher Teil, wie es eben bei Witcher 3 war oder auch bei Cyberpunk 2077, sondern sie setzen auf die Unreal Engine 5 von Epic. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Diese Engine sieht wirklich phänomenal aus. Ihr seht hier ein Videoablauf, ein Demovideo von der Unreal Engine 5. Da wurde vorgestellt, was diese Engine drauf hat. Optisch wirklich ein absolutes Highlight, hat sehr coole Features. Wer ein bisschen mehr zu dieser Unreal Engine 5 wissen möchte, klickt gerne oben rechts auf das I-Zeichen. Dazu habe ich schon ein Video gemacht. Ist wirklich ein Blick wert. Die Engine hat auf jeden Fall sehr viel drauf. Was dann nachher Ciri Butcheked Red umsetzen wird, bin ich mal gespannt. Das wissen wir natürlich aktuell noch nicht. Was wir aber wissen, auch offiziell bestätigt, dass der nächste Witcher Teil wieder ein Open-World-Rollenspiel wird. Ist natürlich perfekt für uns. Wir haben alle Witcher 3 und natürlich auch die Vorgänger geliebt. Und es geht natürlich so weiter. Auf meinem Kanal laufen ausschließlich fast nur Open-World-Rollenspiele. Bin echt gespannt, was sie für Gebiete in den nächsten Witcher Teil vom Witcher-Universum mit reinnehmen werden. Außerdem, was auch mittlerweile schon bekannt ist, dass Ciri Butcheked Red wieder eine komplett neue und eigene Geschichte aus dem Witcher-Universum erzählen wird. Also sie nehmen da kein Buch als Vorlage, sondern auch wie bei Geralt wird es eben auch nochmal beim neuen Witcher Teil eben was komplett Eigenes und Neues geben. Außerdem haben sie gesagt, ist diese Story komplett eigenständig. Man muss jetzt keine Spielzeit bei den Witcher Teilen jetzt von Geralt haben, um eben mit dem neuen Teil Spaß zu haben. Was auch möglich sein könnte, weil sie ja sagen, A New Saga beginnt. Das ist eine neue Saga. Ist ja immer aus mehreren Teilen. Das natürlich sein kann, dass auch wieder mehrere, so eine Triologie eventuell geplant ist. Dazu ist jetzt aber auch nicht wirklich viel bekannt. Sie möchten sich auf jeden Fall erstmal auf den allerersten Teil konzentrieren. Bin ich gespannt. Ich hoffe, sie lassen sich genügend Zeit und bringen das Ganze nicht so raus wie Cyberpunk 2077. Das wäre auf jeden Fall ein absolutes Desaster. Ich bete, dass sie auf jeden Fall davon gelernt haben. und lieber ein bisschen länger programmieren. Genug Geld haben sie ja mit Cyberpunk eingenommen und ja, einfach einen perfekten nächsten Witcher Teil rausbringen. An der Stelle will ich jetzt eure Kommentare sehen. Schreibt mal rein, was sagt ihr zu den ganzen Infos. Freut ihr euch auf den nächsten Witcher Teil? Ich zu 100%. Ich hoffe, sie verkacken es nicht und können da anknüpfen, wo sie eben mit Witcher 3 aufgehört haben. Eins der besten Spiele, die in den letzten Jahren rausgekommen ist. Ich freue mich mega auf die Next-Gen-Version. Da werden auf jeden Fall reichlich Videos rauskommen. Ich bin echt gespannt, wie das Spiel aussehen wird. So oder so. Die Grundbasis stimmt ja. Da kann man nichts Schlechtes sagen. Aber es ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Mal schauen, was sie da zaubern können. Sobald was Neues rauskommt zum nächsten Witcher Teil, werde ich euch natürlich auf dem Laufenden halten. Wer da nichts verpassen möchte, kann immer gerne mit einem Abo dabei bleiben. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Zocken. Lasst einen Daumen da, wenn es euch informiert und gefallen hat. Ich bin weg. Ciao. Haut rein. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020